Hallo zusammen, ihr habt es mitbekommen, kleine Pause, Privat- und Arbeitstition ist einfach zu viel los. Freundschaftskampf gegen Sharp steht an. Sharp hat eine Tello in der Defense und ja, Finley mit Zuko Flank. Interessant, interessant, interessant. June und Sartana auf den Wings. Schauen wir mal, wie das läuft. Okay, drei rote, die nicht passen, und fünf grüne, die nicht passen. Okay, was nicht passt, wird passend gemacht. Ah, schade. Schauen wir mal. Jawohl, jawohl. Schade, dass der Mann hat die Buff schon da ist, aber nicht so viel, bitte. Zack, zack. Uh. Das hat nicht für Liana gerecht. Ach, verdammt. Wie macht man das jetzt? Ich will den, 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 den Finley auch nur eintreffen lassen. Hm. Ich habe kaum eine Wahl. Ich kann nur hoffen, dass der Manager überlebt. Hm. Ja, na gut, bei dem Board, was willst du da machen? Also, manchmal ist es echt verzwickt. So. Na klar, die einzige, die geladen war. Jawohl. So wünsche ich mir das doch. So ist das, so ist das ein guter Zufall. Hm. Hm. Das ist jetzt nur so, wenn ich den Attack-Up drauf mache. Komm, komm, grüner daher. Ach, schade. Ach, ja, Scheiße, ey. Was ein Board. Was ein Board. So. Hier ist keine Domitia mehr drin, sondern der Pro-Toys jetzt. Hm. Ich wollte mal ein bisschen was ändern und beim Pro-Toys fehlen aber noch zwei Wappenstufen, dass er die Mana-Bonus bekommt und deswegen lädt er aktuell noch ein 10, weil die Mana-Truppe noch nicht so hoch ist. Ähm. Heißt aber auch. Komischer. So. So. Und jetzt ist der blöde Finlay dran, jetzt ist er einfach nur dran. Jetzt machen wir den. Lass mal ein Brot heus leben und nimm ihn kein Mana, sehr schön. So. Klicken wir mal drauf hier auf den Button. Leckt ein bisschen im Damage. Komm schon. Gib mir Grün. Jawohl. Perfekt. Okay, 1-1. So, Sharpie. Jetzt gehe ich in Führung. Das kannst du wissen. Jetzt gehe ich in... Wo ist denn mein Geld? Oh mein Gott, was sind das für Boards. Ja gut, dann blauer Diamant und Party Hard. Den hätte ich mit dem nächsten Team gebrauchen können. Löst du blöde Sau schon wieder aus? Oh mein Gott. So. Zack. Boom, 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 uncool. Boom, boom, uncool. Ja, mit solchen Boards bist du aber einfach nur verlassen. Jetzt kommt der gelbe Diamant, jetzt kommt er. Ach, Witz, komm raus. Mal schauen, was hier noch geht. Och, verdammt! Und jetzt kommt er. Hm, hm, hm. Und das war's. Verraten und verkauft von der Bob-Gesellschaft. Da ist mein Gelb. Da ist mein Gelb. Überall ist es. Verraten und verkauft von der Bob-Gesellschaft. Überall ist es. Ist die Wahrung. Der Verraten und verkauft von der Bob-Gesellschaft. Das ist gut. Das ist nicht gut. Ach, dann wird er wieder nicht überleben, oder? Autotext gehen da jetzt auf ihn. Hey, Regeneration. Hey, Regeneration. Und was spielen wir jetzt noch? Team Nummer 5. Das ist am wenigsten Erfolgreiche. Zack. Ein grünes Team, ein grünes Team und wir kriegen wieder vier grüne ... oh mein Gott. Gut, da kriegt man langsam negative Gefühle, negative Vibes. Oh, so richtig ... So richtig, richtig negative Vibes. Gönn mir ... Nee, gönnt nicht ... Gönnt nicht ... Und wahrscheinlich trifft die Mitsuko jetzt alle Grünen ... Hm ... Hm ... Ach, ist das witzlos. Jetzt lösen sie alle aus ... Nee, keine grüne Kaskade bekommen ... Sinnlos ... Ja, na klar ... Zwei Lebenspunkte, jawoll ... Zwei, es waren zwei ... Ach, schön ... Wenn's nicht so traurig wär, ja ... Schönes Comeback-Video, haut rein, bis denn ... Ciao, ciao ... Ja, danke ... Ja, danke ...